Hallo ihr Lieben, hier ist der Sam Schemeyer, Paartherapeut, Beziehungsexperte, Diplompsychologe und diesmal wieder Blog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute haben wir das schöne Thema, habe ich jetzt auch schon öfters darüber geredet, auch auf Instagram, sichere versus unsichere Menschen. Vielleicht hast du auch noch Lust in die Selbstliebe-Challenge oder in die Mani-Challenge, Manifestation-Challenge einzusteigen. Wir haben eventuell noch einen Platz im Bootcamp in Hamburg, wenn denn nicht die Instagramer gestern schon weggeschnappt haben und wir haben ein neues Bootcamp in Zürich und es gibt auch inzwischen ein Flood-Seminar, also schau einfach mal auf Liebe Chip vorbei oder hol dir den Newsletter, da gibt es auch einen 10-Euro-Gutschein. Ja, ich finde das ein ganz wichtiges Thema mit den sicheren und unsicheren Menschen, das ist ein Konzept, was ich kenne aus SLAA, Sex and Love, Addicts Anonymous oder bin ich ganz sicher, ob es das auch in CODA gibt, Codependence Anonymous. Das sind Gruppen in dieser AA-Historie und könnte man auch noch mal länger darüber reden. Ich glaube, der Unterschied bei CODA ist, dass sie nicht unbedingt so ein No-Contact-Konstrukt haben. Also SLAA ist auch eine gute Sache für so Liebessüchtige. Wenn man nicht in einer Gruppe landet, sozusagen als einzige liebessüchtige Frau mit neun sexsüchtigen Männern, dann würde ich das nicht unbedingt machen, dann muss man echt gucken. Es gibt auch Gruppen, wo dann halt vor allem Liebessucht ist, aber ja, also ich kenne das halt auch so, ist ja auch egal, müsst ihr einfach mal googlen. Ich kenne das auch so international als Online-Gruppen und wie auch immer. Aber ich will jetzt nicht so abschweifen, da gibt es halt dieses Konzept von sicheren und unsicheren Menschen. Und das ist keine Wertung, sage ich mal gleich, weil ich glaube, jeder, der in SLAA geht, wird sagen, boah, ich war bis hierhin, war ich definitiv kein sicherer Mensch. Sonst wäre ich nicht hier. Und ja, und was ist ein unsicherer Mensch? Ein unsicherer Mensch ist jemand, der seine Täter-Opfer-Matrix nicht klar hat. Also der weder seine Opfer-Themen aufgearbeitet hat, noch seine Täter. Wobei die Täter-Themen vielleicht für diesen Punkt sogar noch wichtiger sind. Also der seine Täter-Opfer-Matrix nicht aufgearbeitet hat. Und dann weiter Gefahr läuft, aus dem Ego oder aus dem inneren Kind, wie auch immer du das nennen willst, oder aus einer Erkränkung raus zu agieren. Und also das ist ein Konstrukt, das ist auch noch deutlich weicher jetzt als toxisch. Toxisch ist ja ein relativ starker Begriff, aber unsicherer Mensch. Also ich würde mal behaupten, dass die Mehrzahl der Menschen ist unsicher. Wir hatten eine Diskussion gestern auch auf Instagram zum Thema Vertrauen. Und ich würde sagen, ja, den meisten Menschen kann man nicht blind vertrauen. So, ne, die sind nicht sicher. Und wie gesagt, das ist keine Wertung, sondern einfach Anerkennung, wie die Welt so ist irgendwie. Und ja, ich bin auch überzeugt, dass wir uns da auch rausarbeiten, dass es immer besser wird. Aber ja, also ein sicherer Mensch ist jemand, der weiß oder der einen Blick hat. Ich habe Opferthemen und ich habe vielleicht auch die ein oder anderen Täterthemen und ich habe die im Blick und versuche nicht aus denen zu handeln, weil also auch ein Co-Abhänger kann zum Beispiel momentweise eine tierische Wutfallen, Kränkung und krasse Sachen machen, mit denen man jetzt vielleicht überhaupt nicht gerechnet hätte. Und trotzdem ist da kein Minuspol oder ist natürlich kein böser Mensch und ist auch vielleicht nicht so toxisch, sondern ja, ist eben aufgrund dieser noch aktiven Bindungsproblematik, der nicht aufgearbeiteten Bindungstraumata, um mal dieses beliebte Wort zu nutzen, ja, eben nicht nur Opfer, sondern eben auch in Gefahr, selber aus Wut und Kränkung zu handeln. Jetzt will ich nicht sagen, dass Wut immer was Schlechtes ist, das ist überhaupt nicht, sondern wie gesagt, das ist überhaupt keine Wertung. Also ich war bestimmt lange ein unsicherer Mensch in meinem Leben und hoffe, dass das jetzt nicht mehr will. Vielleicht isst man das auch immer wieder, ich weiß es nicht. Also ich sage, das ist jetzt viel schwächeres Konstrukt als toxisch, aber wenn wir jetzt überlegen, wen wollen wir daten? Also in SLA sagt man halt immer, du willst einen sicheren Menschen daten. Ein sicherer Mensch ist nicht jemand, der jetzt anfängt mit, ja, ich möchte gerne dieses Dreieck einbauen oder wollen wir zusammen Drogen nehmen oder, weiß ich nicht, ich will keinen, ich sage dir nicht, wie wir zueinander stehen, es gibt kein Commitment zwischen uns, in keinster Weise, es gibt ja verschiedene Arten von Commitment, aber es gibt gar kein Commitment und kann sich eigentlich auf nichts verlassen, ich mache, was ich will. Ja, das sind alles unsichere Menschen, ohne dass sie jetzt böse werden oder irgendwie sowas, sondern ja, die handeln halt aus, ja, aus Täter-Opfer-Strukturen und eben auch aus, auch das ist gar keine Wertungen, haben halt noch, das heißt noch oder haben einen starken Fokus auf so niederschwingende Sachen, haben Bock auf Drama, Action, Pizza und Pommes, wie gesagt, vielleicht braucht man auch jeder mal so eine Phase im Leben, wo man das mal ausprobiert und so, aber das wäre, wie gesagt, ganz ohne Wertungen, würde man sagen, es sind keine sicheren Menschen und könnte ich es auch sagen, sichere Menschen haben sicheres Bindungsmuster, aber selbst Menschen mit einem sicheren Bindungsmuster sind bestimmt nicht alle sichere Menschen, würde ich sagen. Also, ja, also willst du einen sicheren Menschen daten, das ist gar nicht so einfach, deswegen sagen ja auch viele in SLA-A, date jemand, der auch mal in SLA-A war, aber das ist in Deutschland natürlich Quatsch, aber, weiß nicht, vielleicht macht das in anderen Ländern Sinn, wo das verbreiteter ist, aber, und auch in SLA gibt es unsichere Menschen, also, ja, das ist einfach so, dass du so einen Aufruf, vorsichtig zu sein, nicht zu vertrauensselig und einfach zu gucken, so den ganzen Lifestyle, der ein Mensch hat, wie gesagt, ein Mensch kann für dich gefährlichen Lifestyle haben, der dich wieder reinreißt in toxische, liebessüchtige Strukturen, ohne, dass das irgendeiner Weise böse wäre oder dir was Böses will oder muss noch nicht mal irgendwie manipulativ sein, sondern einfach, weil da unter diesen Strukturen steht, man könnte auch sagen 3D-Strukturen, höre auch gerne mal rein, nur willst du mal einen neuen Podcast, die fünfte Dimension, also das ist mal ganz, mal so ein kleines Nebenprojekt von mir. Ja, also, als einfach Menschen, die stark aus 3D-Strukturen, ja, und ich kann nur immer wieder sagen, also, ich kann zutiefst sagen, das ist keine Wertung, das macht auch so eine crazy Art Spaß, aus diesen Strukturen zu handeln und es muss jeder wissen, ob er das macht oder nicht, aber wenn ihr überlegt, wen date ich, dann sollte man eben nicht nur gucken, ist das jetzt ein Narzisst oder ist das eine Borderlinerin, sondern man sollte gucken, hat diese Person, oder ist es Narzisstin oder ein Borderliner oder ist es ganz was anderes, aber ihr wollt gucken, hat dieser jemand einen Lifestyle, der darauf hindeutet, dass eine sichere, vertrauenswürdige, loyale Person ist, so, ne, und das ist schon ein ganz schön enges Raster, so, ne, was, glaube ich, die meisten Menschen reißen und vielleicht hilft euch dieser Gedanke, dass ihr nicht so abgefuckt seid, wenn ihr 10 Leute datet und ihr sagt bei 9, ja, sind keine bösen Menschen, aber sorry, dieser Lifestyle tut mir einfach nicht gut oder ist nicht, reißt mich auch wieder rein, dass ich auch wieder unsicher werde, heißt jetzt auch nicht, hat aber jetzt nichts mit Selbstbewusstsein oder so zu tun, ne, also, insofern ist jetzt nicht der gleiche Begriff, reißt mich wieder rein und ist deswegen für mich nicht das Richtige, deswegen will ich zum Beispiel auch jemand, der, ja, sich aus seiner Liebessucht rausarbeiten will, würde ich jetzt nicht empfehlen, jemanden zu daten, der Drogen nimmt zum Beispiel, ne, sagt auch keine Wertung, weil er jetzt meint, man müsste unbedingt Drogen nehmen, man soll es machen, aber, ja, das wird einen reinreißen mit hoher Wahrscheinlichkeit und das ist nicht der Ort, wo man vielleicht heilen kann von seinen eigenen Bindungstraumata oder whatever. Ja, super spannendes Thema, mache ich bestimmt noch mal mehr zu und, ja, also für mich war das, als ich mich damals damit beschäftigt habe, ist mir auch so klar geworden, ja, dass man selber, man denkt ja, man, das hasse ich ja so wie die Pest, wenn man immer nur auf andere zeigt und, also ich finde, für einen wirklich ausgewogenen Menschen in einer neuen Energie gehört es wirklich, sich mit seinen eigenen Themen auseinanderzusetzen und das sind Täterthemen, das sind Opferthemen und das ist auch die Mischung von diesen beiden, das ist diese ganze Drama-Scheiße und dieses Ganze auf andere zeigen und immer meinen, man wäre selbst der einzige Engel auf der Erde und alle anderen, nur alle anderen machen irgendwas falsch und, ja, sich davon, da durchzuarbeiten und, ja, das zu leben, ohne sich wieder reinreißen zu lassen, was echt, glaube ich, echt nicht einfach ist, ist echt nicht einfach und dann noch das zu leben auf eine stille Art, ohne das an die große Glocke zu hängen und zu, weiß ich nicht, und da zu sagen, ich bin jetzt die geilste Person auf diesem Planeten und ich habe es, ich bin so geil, weil ich es gerafft habe und die anderen nicht, also da auch noch nicht ins Ego zu fallen, das ist eine hohe Kunst, das ist eine echt hohe Kunst. Ja, ich freue mich sehr über Kommentare, gebt meine Arbeit gerne weiter, könnt ihr mich damit unterstützen, auch mit einer Kanalmitgliedschaft, schaut euch mal die Kurse an auf lebeschiff.de und, ja, vielleicht sehen wir uns mittwochs mal auf Twitch oder sonntags 19.30 Uhr auf Instagram live. Tschaui, tschaui. Tschaui, tschaui. Tschaui, tschaui. Tschaui, tschaui. Untertitelung des ZDF, 2020